Die alte Residenzstadt im Ries. Sudpfannen-Symbol der gleichnamigen Brauerei. Einige Bürgerhäuser. Neuhausschiff Witwenhaus. Die alte Kapelle St. Leonhardt. Etwas außerhalb die Großbrauerei Oettinge. Die Großbrauerei wird noch größer. Wir sind an der Fürstenresidenz mit dem anschließenden Schlosspark. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Der Wind Beyond-Modium des ZDF für funk, 2017 Mit Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Der Wind Beyond-Modium des ZDF für funk, 2017 Und S&D-ZCZF für funk, 2017 Die Wind Wind beyond-Modium des ZDF für funk, 2017 Jetzt kommt Patton mit der Ries. Direkt am Schlosspark anschließend entstand das neue Schulzentrum. Der Bernitz gegenüber St. Anna mit dem Erlebnispfad. Über die Bernitz sehen wir den Wohnmobilstellplatz. Musik 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 Direkt neben dem Wohnmobilstellplatz befindet sich die Wernitz Insel mit Fluss Freibad. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Tag des offenen Gartens Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hier ruhen die mindestens 199 Opfer des Pumpenangriffes vom 23. Februar 1945. Wir warten auf den historischen Zug von Dörtlingen nach Gunzenhausen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020